Hallihallo, heute nach der Gewürzmischung trocken gibt es eine Gewürzmischung Paste und zwar die Umami-Paste. Ich habe es in dem Falle jetzt mehr so in die mediterrane Richtung geschoben. Wer den Speck weglässt, der kann das auch für asiatische Gerichte benutzen. Und was Umami ist, ich habe es mal verlinkt, da oben, nein, hier, da findet ihr alles das, was wissenswert wäre für was ist überhaupt Umami und um da noch einen draufzusetzen, habe ich auch in diesem Video gleich im Anschluss an die Pastenherstellung ein Gericht, ja, ein einfaches Gericht zubereitet und ja, Spaghetti mit Tomatensauce und Umami-Paste, aber schaut selbst. Für unsere Umami-Paste brauchen wir folgende Zutaten. Parmesan, je älter, desto besser, Speck und in dem Falle Pancetta, getrocknete Tomaten, getrocknete Pilze, in Öl eingelegte getrocknete Tomaten, Sardellen, Kapern, zwei Chili, eine Knoblauchzehe und diese schwarze Bohnenpaste, fermentierte schwarze Bohnen. Ja, wer die nicht hat oder an die nicht sich besorgen kann, lässt sie einfach weg. Zuerst schneiden wir uns den Pancetta, ich habe die Rinde entfernt und schneide jetzt so dünn wie möglich Streifen runter. Hier am Ende klappe ich ihn um, das wird sonst nichts. Und hier kommen auch schon jetzt Stifte und das ganze mache ich jetzt auch mit den Scheiben immer höchstens in zwei Scheiben auf einmal schneiden. Und mit Fettseite beginnen, dass wir das Magere noch zum Festhalten haben. Jetzt nehmen wir uns ein paar Streifen und schneiden kleine Würfelchen, geben diese gleich in eine Schüssel, damit wir Platz haben. Diesen fertigen Schinkenspeck, den man in den Supermarktregalen abgepackt findet, könnte man nehmen, würde ich aber nicht machen, weil wir wollen ja überall den absoluten Geschmack raus haben. Und da ist so ein schöner alter Pancetta wesentlich besser und geschmackvoller. Das wäre geschafft. Stellen wir uns eine Pfanne auf, mittlere Hitze, sechs von neun bei mir und geben jetzt hier den gewürfelten Pancetta hinein und lassen ihn anbraten. Sobald Bratgeräusche entstehen, rühren wir das ganze durch. Wir sehen, vereinzelt wird er glasig. Wir wollen aber leichte Rostaromen haben. So und wenn denn auch die Fettstücken Farbe bekommen haben, gehen wir jetzt hier mit der Hitze auf null und geben jetzt die Würfel auf ein Papiertuch. Verteilen sie ein wenig und lassen sie dort trocknen. So eine halbe Stunde abgetrocknet. kommen jetzt hier unsere Speckwürfel in den Mixer. Und da ich gerade die Gewürzmischung, die trockene, fürs Umami Pulver gemacht habe, habe ich jetzt auch darauf verzichtet, den Behälter zu reinigen. Warum auch? So, Chili und Knoblauch werden, ja, gefürtelt, geachtelt, egal, wird alles gemixt und kommt jetzt hier auch mit zum Speck hinzu. Und ebenfalls unsere getrockneten Tomaten, also die trocken getrockneten Tomaten, nicht die in Öl eingelegten. Die kommen später. Das Ganze wird jetzt erst mal durch gemixt. Das riecht ja schon mal sehr lecker. Jetzt kommen hier die Anschauvis rein. Ja, ruhig alle. Auch das Öl. Jetzt unsere Kapern. Zwei Esslöffel, circa. Jetzt noch einige von den eingelegten getrockneten Tomaten. Und von den getrockneten Shiitake in etwa zehn Gramm. Und das Ganze erst wieder mal durch gemixt. So, und jetzt geben wir mal etwas Olivenöl dazu. Quasi zur besseren Schmierung. So, und jetzt geht's mixen wieder los. Jetzt kommt hier ein Esslöffel von den schwarzen Bohnen hinein, von den fermentierten. Und es kommt wieder etwas Olivenöl dazu. Und es wird wieder gemixt. So, erst mal auf die Seite. Und jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Und das ist unser Parmesan. Wie gesagt, je älter, desto schmackvoller. Und den reiben wir uns jetzt ab. Und den geben wir jetzt ebenfalls in den Mixer. Wieder etwas Öl dazu. Und wieder mixen. Und fertig ist unsere Umami-Paste. Ja, was mache ich jetzt damit? Ah, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt ein schnelles Pastagericht mit einer Zwiebel und mit Tomaten aus der Dose. Zwiebel geschält. Und in Würfel. Und in dem Fett der ausgelassenen, vorhin ausgelassenen Speckwürfel, gebe ich jetzt hier die Zwiebel hinein. Und wenn die leicht glasig geworden sind, dann kommt hier zwei Esslöffel von unserer Umami-Paste. Und die behandelt man jetzt hier in der Pfanne genauso wie Tomatenmark. Mit Weißbein ablöschen. Und das Schöne ist, wir brauchen weder Salz noch Pfeffer. Lassen den Wein etwas reduzieren. Und geben unsere Dosentomate dazu. Wir gehen hier mit der Hitze runter. Vier von neun reicht für mich aus. Wenn das Ganze leicht eingeköchelt ist, kosten wir mal. Und das schmeckt. Boah, was soll ich sagen. Wie gesagt, kein Salz, kein Pfeffer, sonst weiter gar nichts. Nur unsere Umami-Paste. Aber, Hammer. Echt Hammer. Ja, die Spaghetti sind fertig. Und ich werde jetzt anrichten. Und dann wisst ihr hoffentlich Bescheid, wie man eine Umami-Paste macht. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar. Gerne auch einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, abschließen. Ihr kennt den Psalm. Bitte mit Glöckchen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. T Jer apenas. Macht. Welts colocar kein Reden. Vielen Dank.